Wer ist das? Nee, Wurstberg ist es nicht. Ich kenne eigentlich relativ viele. Aber ihn? Der sieht gut aus, ja. Aber wer könnte der sein? Struff, Struff, Struff. Berlock. Das wäre was? Du? Nee, doch du! Ich, natürlich, selbstverständlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hi, it's me, Henry Continent. Ja, es war ein bisschen größer, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hatte nicht wirklich so viel nach der Tournament, was passiert nach Hause. Obviamente, ich wusste, dass es etwas war, denn es gab mehr Interviews als usual. Aber ich wusste, dass es so viel Interesse war, denn Tennis ist nicht der größte Sport in der Finnland. Obviamente, jeder, der beginnt zu spielen Tennis als Kind, ist wahrscheinlich über die Grand Slam, über Wimbledon. Ich wusste, was ich, als ich war ein Kind. Ich war ein Kind, ich habe gegen den Wallen, und ich dachte, ich war in Wimbledon Finals. So, ich meine, natürlich, das ist das Spiel, das ist das Spiel. Für mich, ich brauche keine Ahnung. Obviamente, es ist vielleicht gut für Finnish Tennis, dass ich diesen Titel jetzt mit Heather geteilt habe, aber außerhalb von dem, ich bin glücklich, wie alles war vorher. Was du sehen, ist das gleiche wie er auf der Karte. Er ist ein sehr relaxed, fun- und guter Typ. Er ist ein sehr guter Typ, der Tennis ist ein sehr guter Tennis. Obviamente, jetzt meine Präparation auf der Klai hat nicht sehr lange, ein paar Hände, aber das ist ein positiver Problem, das bedeutet, dass ich das letzte Woche gemacht habe, und jetzt werden wir einfach versuchen, zu machen das letzte Woche auch. as für all.